Oh, hallo und herzlich willkommen zurück, 223, ähm, ja, und ich bin immer noch mit meinem Zauberschaden-Magier dran, das war in der letzten Folge, also, boah, nee, das, das hasse ich ja wie die Pest, ne, er hat mit, er hat mit so viel Glück noch gewonnen, das war unglaublich, ne, mit, mit einem Lebenspunkt und Verstohlenheit auf einem 1-HP-Diener, das war ein Trauerspiel, so, jetzt gegen den Jäger, wird, glaube ich, nicht lustig, aber gucken wir mal, jetzt durch TGT vielleicht auch ein Jäger, der etwas kontrollmäßiger unterwegs ist, wäre schön, okay, ja, etwas Card-Draw fehlt mir schon in dem Deck, habe ich gemerkt, Portal, ui, Leeroy, Leeroy für 2 Mana ist natürlich, ja, da kann man mit arbeiten, sag ich mal, da kann man mit arbeiten, was mir nicht gefällt, daran ist klar, ne, duplizieren konnte ich jetzt nicht spielen, das ist extrem blöd, Leeroy hätte ich spielen können, aber, puh, das sieht echt bitter aus, gerade, ne, meine Frostblitze verschwenden, Oh, 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 ich ahne Schreckliches, ich ahne Schreckliches, Too much pain for me, ach, jetzt echt, okay, ich hab verloren, pain's the devil on the wall und so, aber ich hab richtig hart verloren jetzt, Wenn das, wenn das ne Sprengfalle ist, Eis, Kältefalle, es darf nicht wahr sein, Ah, das Glück ist nicht mit mir, Ich bin, ich bin so down, egal was ich mache, ich bin so down, das gibt's gar nicht, so down bin ich, Schade, wirklich schade. Ich sag euch was, normalerweise ein Match, eine Folge und so und jede dritte, vierte Runde mach ich mal zwei, drei, aber das, das, das geht ja gar nicht, das geht gar nicht, ne. Komm, probieren wir es nochmal aus. Schon wieder ein Rexer, das, äh, ist ja wunderbar, da freu ich mich drüber. Oh Gott, da will ich die wenigstens behalten. Das ist ein schöner, oh ja, ja, doch, das, das ist ganz gut. Das ist doch mal ne schöne Starthand. Jetzt spiel ich erst die, im nächsten Zug den. Boah, schon wieder aggressive. Ah, was für ein Spaß. Ah, hast du Spaß? Ja, ich hasse Spaß. Ich hasse Spaß. Take my Pote an, ne. Rang 16, Jäger. Hau drauf, Junge, hau drauf. Hau drauf mit Anlauf, ne. So ist das. Bam, bam, bam. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Im nächsten Zug haben wir drei, dann machen wir keinen Schredder, Junge. Danach im Zug wieder Schredder. Und dann schauen wir doch mal. Dann schauen wir doch mal. Take my Pote, Junge. Jetzt will ich es wissen. Ah, wie ich das mal, Gott. Ne, 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 das wird, das wird, das wird schon wieder hart, ne. Gegen Jäger ist echt hart. Das muss ich sagen. Das muss ich wirklich sagen. Schade, mit dem Wurm und der Münze, aber leider. Na gut, ich könnte auch Wurmfeuerbällchen machen. Ich glaube, das wäre gar nicht so cool, ne, oder? Dann würde der Wurm natürlich davon profitieren, aber ist es das wert? Ne, komm. Ich mache, wie es geplant war, Coin, Schredder. Nächsten Zug nochmal Schredder. Und dann habe ich schön die, die, die... Zauberschaden, Magie, Sachen, Synergien. Na? Mal das hier vor. Schweinschen. 4, 2, 2, 2, 1, Schredder. Okay. Okay. Ah, ich hoffe, der kommt langsam ein bisschen ins Schwitzen. Und überlegt, zu traden vielleicht. Okay. Ah, Masse. Bestimmt Face. Das ist ein Jäger, der geht Face. Ja. Schade, 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 schade. Das wäre so schön, ne? Ich meine, ich könnte Wurm dat machen plus Ping. Ich frage mich, ob... Ich frage mich, ob... Das ist doch mal ein Boat. Komm, Junge. Ein Boat, ein Boat. Mal das Jäger. So hätte ich ihn bloß weggepingt. Ah, so ist er. Oh. Oh. Schön. Oh. Oh. Das ist, äh, dangerous, sag ich mal. Du nicht nehmen Schneeball. Du nicht nehmen Schneeball. Du hast die Kerze, dann der Schneeball, ne? Ja, da hat sich was bewegt. Freiheit! Ich frage mich ab. Oha. Boah, echt? Krass, das hätte ich nicht gedacht. Und jetzt? Woah, really? Gut gespielt. Das ist hart, ne? Gut gespielt. Gut gespielt. Schön. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Da habe ich diese Folge mal zwei Röntgen gemacht, weil die so schnell gingen. Einmal gewonnen, einmal verloren. Ist ja gut. Ne, ich hoffe, äh, so geht es weiter oder besser. Nächste Folge spiele ich den auch nochmal. Muss sein. Muss einfach sein. Tschüss.